Ihr haltet euer Kind in den Armen, stillt es und ihr wollt euch jetzt mal wieder überlegen, wie es denn mit der Verhütung weitergehen könnte. Was darf man da alles, was darf man nicht, was sollte man und was sollte man nicht, erkläre ich dir alles in diesem Video. Und vorab und ganz grundsätzlich muss ich eins einfach als Disclaimer vorwegnehmen. Ihr habt jetzt euer Kind, ihr habt vielleicht euer erstes Kind bekommen, neue Verantwortung, Schlafmangel, Stress, Sorgen, Ängste, Überforderung, all das sind normale Gefühle, die man auch mit dem ersten Kind und auch dem zweiten und dem dritten haben könnte. Neben der kompletten Fremdbestimmung der Frau und der 24-7 körperlichen Nähe eines Neugeborenen, das sind jetzt alles nicht so viele Faktoren, die unbedingt Libido fördernd sind. Dazu kommt noch ein Stillhormon bedingter Mangel an den normalen Hormonen des Zyklus, das Östradiol und das Progesteron, die sind im Keller auch nicht gerade Libido fördernd. Wenn ihr also relativ wenig Geschlechtsverkehr im ersten Lebensjahr des Kindes habt und darüber hinaus, dann ist das etwas völlig Normales. Und das muss man glaube ich auch vor allen Dingen den gewordenen Vätern sagen, dass sobald das Kind da ist, nicht heißt Hurra, die Frau gehört wieder mir, sondern da passiert jetzt noch ganz viel mit so einer Frau, auch auf hormonell emotionaler Ebene. Deswegen ist es nicht ungewöhnlich, wenn es bei euch jetzt einfach ein bisschen Ebbe ist und das ist auch völlig legitim und okay und das kommt auch wieder. Es dauert halt manchmal ein bisschen länger. Das eine Paar hat vielleicht nach zwei, drei Wochen nach der Geburt wieder Geschlechtsverkehr und das nächste Paar hat nach einem Jahr auch erst einmal versucht und es hat keinen Spaß gemacht. Also all das ist erstmal völlig normal und jetzt sprechen wir über die anderen Verhütungsmittel außerhalb des Babys, die es so gibt für stillende Frauen. Wir machen es uns erstmal einfach, denn wir fangen mit den hormonellen Verhütungsmitteln an. Da gibt es nämlich ein bisschen was zu beachten und da fällt ganz viel weg, was ihr vielleicht jetzt auch auf der Zunge habt und fragen möchtet. Und wenn du stillst und es ist auch unabhängig davon, ob du vollstillst, teilstillst oder nur noch zur Nacht eins, zweimal, sind alle kombinierten hormonellen Präparate tabu. Kombiniert bedeutet immer, da ist ein Östrogen drin und ein Gestagen, also ein Gelbkörperhormon, ein synthetisch hergestelltes. All diese Varianten sind erstmal tabu, weil man gesehen hat, vor allem bei dem Östradiol, es kann die Milchmenge und auch die Milchqualität beeinflussen. Und nicht nur das, sondern eben auch vor allem die Östrogene können hormonell auch Auswirkungen haben auf das Kind. Und deswegen sind diese Präparate, ob es die kombinierte Pille ist oder zum Beispiel der Vaginalring, tabu. Wie sieht es aus mit den reinen Mono-Gelbkörperpräparaten, also einer Minipille, auch Stillpille genannt oder einer Hormonspirale? All das, wo nur ein Gelbkörperhormon drin ist, das ist erlaubt. Das darf man also auch während der Stillzeit anwenden. Und damit haben wir die hormonellen Präparate schon abgehakt. Jetzt kommen wir zu den nicht hormonellen Präparaten. Da gibt es einige, die man in der Stillzeit auch anwenden kann, allen voran und der Klassiker nach der Geburt, das Kondom. Das Kondom ist ein super sicheres Verhütungsmittel, auch wenn immer noch Leute erzählen, dass das nicht so ist. Man muss halt nur wissen, wie man es richtig anwendet. Und dann ist das ein bombensicheres Verhütungsmittel. Und gerade im Wochenbett zum Beispiel, wenn es zu den Paaren gehört, die relativ schnell wieder intim werden wollen, schützt es natürlich auch den noch offenen Gebärmutterhals und den Muttermund vor aufsteigenden Infektionen seitens des Partners. Neben den Kondomen gibt es quasi das Pendant für die Frau. Klar, es gibt auch ein Femidom. Das ist ein weibliches Kondom, wie so eine größere Tüte, die man sich vaginal einführt. Und die nicht sehr beliebt ist in Deutschland, trotzdem gibt es das viel beliebter und momentan wieder in einer Renaissance befindlich, ist das Diaphragma ein nicht-hormonelles Verhütungsmittel, eine Barrieremethode, die sich die Frau auf den äußeren Muttermund stülpt oder legt mit einem Spermizidengel versehen und auch ein recht sicheres Verhütungsmittel, wenn es denn richtig sitzt. Und das muss man halt nach der Geburt beachten. Wenn du vorher schon Diaphragma-Anwenderin warst, kann es sein, dass du eine andere Größe brauchst, gerade wenn die Rückbildung noch nicht so ganz vonstatten gegangen ist. Also so ungefähr nach sechs Monaten könnte man sagen, jetzt sollte auf jeden Fall die Rückbildung vollzogen sein von der Gebärmutter und der Vaginalwand und dann müsste man mal schauen, ob das neu angepasst werden muss, das Diaphragma. Ich packe euch einfach mal die Playlist Verhütungsmittel hier oben rein, dann könnt ihr euch alle Verhütungsmittel mal anschauen, über die ich schon gesprochen habe. Wie sieht es aus mit der Kupferspirale, Kupferball, Kupferkette etc. pp.? Hier kommt es ein bisschen darauf an, was für einen Geburtsmodus ihr hattet. Eventuell hattet ihr ja eine Sektio oder auch Kaiserschnitt genannt. Hier müsste man wirklich beachten, dass die Narbe gut verheilt ist. Da gibt es manchmal auch im Internet Pauschalangaben, wie lange nach so einer Geburt gewartet werden soll. Die einen sagen drei Monate, die nächsten sagen sechs Monate. Sechs Monate ist sicherlich der Klassiker. Solltest du also eine Kupferspirale zum Beispiel wollen, musst du nach Sektio tatsächlich ein bisschen warten, bis die Rückbildung vonstatten gegangen ist, bis die Narbe gut ausgeheilt ist. Und dann ist potenziell aber auch ein intrauterines System, auch die Hormonspirale zum Beispiel, eine Möglichkeit. Stillen ist ja eine Verhütungsmethode. Nein, 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 nein. Stillen ist keine Verhütungsmethode. Stillen macht natürlich den Eisprung unwahrscheinlich, aber eben nicht unmöglich, was einige Paare berichten können. Also selbst wenn du vollstillst, kann es trotzdem sein, dass du einen Eisprung hast und dann kann es natürlich trotzdem zur Befruchtung kommen. Also es ist nicht anerkannt als ein Verhütungsmittel. Nichtsdestotrotz macht es den Eisprung sehr unwahrscheinlich und deswegen passiert auch selten etwas. Aber es kann eben passieren, wenn ihr nicht zusätzlich verhütet. Das nun mal vorab. Was ist mit der natürlichen Familienplanung, also ein Verhütungsmittel nach der symptomalen Methode? Man schaut sich körperliche Veränderungen an. Plus die Basaltemperatur, die sich ja eigentlich verändern sollte. In der Stillzeit kommt es ja meistens nicht zum Eisprung. Woher sollst du dann also wissen, ob sich die Körperkerntemperatur ändert? Weil das macht ja erst das Gelbkörper-Mohn nach dem Eisprung, der ja nicht stattfindet. Das ist ein bisschen tricky. Da gibt es ein eigenes Regelwerk. Es funktioniert aber, aber eben nur, wenn man dieses Regelwerk gerade in der Stillzeit gut anwendet. Ihr könnt euch meinen Online-Kurs einmal anschauen. Hier habe ich wirklich eine eigene Folge dazu gemacht, wie das ist nach der Geburt, nach der Pilleneinnahme zum Beispiel. Auch eine besondere Situation, wenn der Eisprung eben noch ausbleibt oder auch bei PCO, beim PCO-Syndrom. Es geht grundsätzlich gut. Man muss sich dann halt nicht auf die Temperatur konzentrieren, sondern eben auf andere körperliche Veränderungen. Ich werde ja immer gefragt, was denn die beste Methode in der Stillzeit ist zum Verhüten. Und ganz ehrlich, das ist so individuell, wie wenn ich euch ein Auto empfehlen soll. Also ich weiß ja nicht, habt ihr eine Großfamilie, fahrt ihr gerne sportlich, fahrt ihr gerne über Gelände. Das ist also sehr individuell. Ich kann euch nicht sagen, der Porsche ist das beste Auto oder weiß was ich, der VW-Bus. Und ähnlich ist es eben auch mit den Verhütungsmitteln. Ich kann euch nicht sagen, welches die beste Methode für dich oder für euch jetzt ist. Ich finde, mit dem Kondom kann man erstmal nicht viel falsch machen. Wenn man es noch ökologischer und ökonomischer möchte, kann man natürlich über das Diaphragma nachdenken. Da musst du aber auch schauen als Frau, ob das erstens was für dich ist und zweitens, ob es gut passt. Deswegen doppelt gemoppelt hält besser. Kondom plus Diaphragma ist sicherlich am Anfang eine gute Option, bis man mit dem Diaphragma sicher ist. Und dann auch je nach weiterer Familienplanung kann man mal gucken. Vielleicht habt ihr ja auch eine abgeschlossene Familienplanung und wünscht die männliche Sterilisation oder die weibliche Sterilisation. Auch hierzu gibt es übrigens Videos, könnt ihr euch alle in der Playlist anschauen. Gut, ich hoffe, ich habe das so einigermaßen gut zusammengefasst. Es gibt also eine ganze Palette an Verhütungsmethoden in der Stillzeit. Und alles außer den kombinierten Präparaten, was die Hormone angeht, ist eigentlich alles erlaubt. Und das Individuelle, das klärt deine Gynäkologin mit dir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn dem so ist oder ein Kommentar, für welche Verhütungsmethode du oder ihr euch entschieden habt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß bis dahin und Tschüssikowski! Bis zum nächsten Mal.